moin leute was geht ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wo ihr den fliegenschwamm zauber her bekommt dieser verursacht nämlich blutschaden und ist auch wirklich sehr sehr stark und wie ihr seht könnt ihr auch damit perfekt euren mimik unterstützen aus der entfernung und wo ihr diesen zauber her bekommt zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr hier zu diesem ort der glade nach seofra falls ihr nicht wisst wie man nach seofra kommt werde ich euch ein video in die video beschreibung packen dort könnt ihr euch das anschauen leute wenn ihr dann hier an diesem ort der glade angekommen seid dann müsst ihr nur noch denselben weg laufen wie ich um zum fliegenschwamm zu kommen dieser ist nämlich nicht mehr weit steigt am besten hierfür auf euer pferd hier werden auch eine menge starker gegner spawnen die ignoriert ihr am besten und lauft einfach weiter bis sie hier bei diesem blutsee seit von hier aus lauft ihr an dieser großen säule vorbei und geht hier direkt links in die höhle und dort befindet sich auch schon der fliegenschwarm so leute das war es dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren um immer auf den neuesten stand zu bleiben viel spaß und bis zum nächsten mal ciao